In dem heutigen Video geht es um die Erhöhung deiner Fans bzw. Follower bei Facebook. Herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video geht es mal nicht um Fotografie direkt, sondern um Social Marketing und zwar ganz gezielt um Facebook. Ich persönlich bin ein totaler Facebook-Fan. Ich finde Facebook total klasse und ich möchte euch heute einen kleinen Weg zeigen, einen Quick-Tipp, wie ihr mehr Follower erreicht bzw. wie ihr eure Like-Zahl und Fans erhöht und zwar in einer Art und Weise, die meiner Meinung nach absolut legitim ist. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, indem man Freunde einlädt und es gibt eine sehr schöne weitere kleine Möglichkeit, um Interessierte zu erreichen. Und zwar habe ich hier ein ganz tolles Beispiel. Ich habe die Tage, jetzt also heute in dem Falle ein Video, ein Bild gepostet. Wenn ihr dieses Video seht, ist das schon ein bisschen her. Und zwar ein Babyfoto von Babyfüßen und Händen. Also die Hände sind jetzt nicht von den Babys, sondern von den Eltern. Und da gibt es eine ganz tolle Möglichkeit, wie man diese, wie man die Like-Zahl erhöht. Und zwar, wenn ich auf das, ich gehe da mal kurz raus, ihr seht da nur die Hälfte. Also wenn ich auf das Bild gehe, dann wird mir das Bild geöffnet. Und hier habe ich die Möglichkeit zu sehen, wie viele Leute dieses Bild geliked haben oder jetzt neu auch mit anderen Emotions belagert haben. Und wenn ich hier auf den Namen gehe, beziehungsweise hier auf die Zahl, dann erscheint mir, wer alles dieses Bild geliked hat. Und dann wird mir auch angezeigt, quasi, ob die Fan meiner Seite sind. Und hier neben kann ich dann noch, zum Beispiel könnte ich Personen für Seiten auch sperren, wenn die irgendwie blöd sind. Und auf jeden Fall sehe ich hier, wer die geliked hat. Und das Schöne ist, wenn ich hier durchscrolle, habe ich die Möglichkeit, zeige ich euch hier, Leute einzuladen. Hier zum Beispiel. Und das ist so, die Leute sind aktuell nicht Fan meiner Seite. Und ich kann die jetzt einfach einladen. Wenn ich auf Einladen gehe, dann bekommen die eine Einladung geschickt, dass sie meine Seite liken sollen oder können, besser gesagt. Und das Schöne ist, das sind ja alles Leute, denen das Bild gefällt. So gesehen finde ich das total legitim, hier quasi durchzugehen und die einzelnen Personen einzuladen. Das könnt ihr aber nur einmal machen pro Person, wenn die Person dann mal eingeladen ist. Ich gehe hier mal ganz nach unten, bei 200 sind das schon ein paar. Bei euch wird es wahrscheinlich so sein, wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann sind hier wirklich sehr, sehr viele Leute schon eingeladen oder noch nicht eingeladen. Bei mir ist es so, hier die Person, die habe ich schon einmal alle eingeladen, wenn die eingeladen waren, also wenn ich das schon mal gemacht habe, dann kann man das nicht nochmal machen. So gesehen finde ich absolut legitim, kann man durchgehen und kann die Leute einladen. Und dann hat man, je nachdem, eine Ausbeute von circa 10% mehr. Also wenn ich 10 Leute einlade, dann habe ich am Ende 1 bis 2 Likes mehr auf meiner Seite. Und vor allem ganz wichtig dabei, nicht einfach Likes von irgendwelchen Leuten, sondern von Leuten, die auch interessiert sind an deinen Bildern. In dem Fall bei mir sind das dann auch mögliche, zusätzliche oder zukünftige Kunden oder ähnliches. So gesehen, meiner Meinung nach absolut legitim, diesen Weg zu gehen. Ich mache das immer mal wieder, nicht bei jedem Bild. Aber wenn das Bild ein paar Likes mehr hat, wie jetzt hier mit 200, das ist schon eine ganz schöne Menge, dann rentiert sich das auch zu machen. Und da findet man immer mal so 5 bis 10 Leute, die dann noch nicht eingeladen waren. Das war es eigentlich schon. Heute mal ein Quick-Tick zum Thema Social Marketing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommis und liken und wie auch immer. Ansonsten sehen wir uns dann bei meinem nächsten Video. Und ciao!